Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Goat Simulator, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das... Okay, ich lehme mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich möchte nicht sagen, ich werde es durchspielen, aber ich nicht dachte, dass ich es weiterspiele. Ich gucke gerade, die Aufnahme läuft. Ja. Wir mussten letztens die Aufnahme beenden, beziehungsweise es wurde für uns beendet. Das finde ich ja immer noch total bekloppt. Ich habe mir im Internet nachgeguckt, das soll so sein. Ich habe aber so ein Secret gefunden. Wrong way. Ah, aha. Aha. Dankeschön übrigens für die Kommentare für viele Leute. Twist-Rahmen. Ich bin keine Diablo-Spielerin. Ich wusste nicht, woraus es war. Und viele haben auch ein Lied noch erkannt. Ich glaube auch aus Diablo. Ich habe viele MMOs gespielt, aber nicht alle, weil ich Diablo da jetzt gar nicht mit zugezählt hätte. Danger! Danger! Ich habe übrigens im Internet nicht nachgeguckt. Also alles, was wir finden, ist immer noch... Oh, das geht ja doch ein bisschen. Ist immer noch zufällig. Warte mal. Man darf ja mal ein bisschen fudeln, ne? Zum Beispiel so. Ah, schade. Ich wollte da gerne drauf. Okay. Hey, Kuke! Warte, Kuke! 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 Was ist da los? Oh, cool! Okay, das ist wohl völlig normal. Dieses Spiel verwirrt mich. Warum bin ich gerade in einem Labyrinth? Ich habe gerade angefangen zu spielen. Zur Hölle, okay. Ähm, ihr beiden? Was solltet ihr mit den beiden los? Kuke, mach das doch nicht. Weiß doch auch nicht, wo lang. Okay, warte, warte. Hier ist... Gut, was... Hä? Hä? Okay, warte. Okay. Ich... Also, ich wollte jetzt... Ich wollte jetzt nicht... Habe ich das jetzt wirklich getan? Konnte ich jetzt wirklich da... Ah, okay. Ja, und damit ihr mal Bescheid wisst, genau so wird das hier gespielt. Ich habe keine... Ich habe keine Ahnung. Das ist so verwirrend. Gehe ich jetzt wieder zurück? Gehe ich vor? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich meine... Hier, das hier. Da. Warum? Jetzt... Boah, die nerven mich so. Die verwirren mich einfach noch mehr. Ähm... Okay, ich... Ich gehe mal... Ich gehe mal zurück. Äh, nee. Ja. Da ist das schon wieder. Ich bin total verwirrt, wirklich. Ähm... Wir spielen gleich weiter. Wir erledigen unsere Quest zu müssen. Zehn Bären. Das haben wir doch schon gemacht. Infectiere Twist-Rahmen. Ah, okay. Mit den Katapulten ist das aber noch nicht gemacht. Äh, Bedrohung durch alte Ziege. Ähm... Das haben wir ja auch schon gemacht. Mal gucken, ob das jetzt resettet ist. Äh, und... Äh, Kirikmens... Das haben wir doch auch schon gemacht. Hat der ja beim letzten Mal nicht gespeichert, oder was? Das wäre aber blöd. Ähm... Ja, toll. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Äh, wir können... Wir können das ja irgendwann mal machen hier. Das ist mir jetzt echt viel zu verwirren. Ich würde mir jetzt noch so eine... So eine Ego-Sicht wünschen. Wir wollen uns da besser zurechtfinden können. Okay. Äh, also nochmal hier... Hallo, herzlich willkommen hier beim Goat-Simulator. Viel ist passiert in der Zeit. Ich weiß doch, dass ich ja letztens... Äh, ich glaube, das waren maximal drei Tage. Waren das drei Tage, konnte ich keine Videos hochladen. Also Arbeit und Privatleben geht ja immer vor. Nichts Schlimmes so. Einfach ganz normal. Ich hab nur Bescheid... Ich hab Bescheid gesagt, ne? Auf Facebook. Und, äh, tatsächlich... ...bekam ich Nachrichten. Von wegen mit... Bitte hör nicht mit YouTube auf. Das ist ja noch, ne? Okay. Wobei ich das halt auch nicht verstehen kann. Und andere Nachrichten... Ne, Pandoria, warum hast du mit YouTube aufgehört? Was soll das? Das, äh... Menschen sind so seltsam. Manchmal hat mir YouTube wirklich Angst. So. Wollte ich einfach mal so in den Raum werfen. Ich soll das nicht machen. Für keine Quest, für nichts. Aber ich tue es einfach. Weil ich es offensichtlich hier kann. Ich hab nichts gesagt. Da, hoch. Ah, schön. Das ist das Dorf. Okay. Ich spiel gleich weiter. Ich muss das machen. Ich wollte gucken, ob hier irgendwas Tolles ist. Oh, ja. Leider ist das. Das ist furchtbar bei dem Spiel. Ich muss das machen. Guck mal, hier ist gar nichts. Ich will es trotzdem machen. Ich will gucken, ob ich hier noch irgendein Secret ist. Ob ich irgendwas finde. So ein riesengroßer Drachen. Vielleicht in Ziegenform. Wäre eigentlich ganz cool. Und was ist das da vorne? Ich muss mir das angucken. Ist das eine Art Burg? Oh! Guck mal, das hätte ich jetzt nicht ge... Oh, warte. Das sind doch diese Mirandas. Ich schwöre. Ich schwöre bei allem, was mir heimlich ist. Äh, heimlich ist? Was mir heilig ist. Ich schwöre wirklich, ne? Ich hab vorher nicht geguckt. Wirklich. Das ist alles Zufall. Ich hab nur nachgeguckt, dass man den Spielfehler auch wirklich zum Spiel gehört hat. Und die Aufnahme war übrigens nicht kaputt. Gott sei Dank. Und ich frage mich, was passiert hätte, wenn ich Nein gedrückt hätte. Okay, warte. Hör zu. Wir können da runter. Ich... Was? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt dahin können. Ich bin verwirrt. Dieses Spiel verwirrt mich so. Boah, das sieht so cool aus. Okay. Achso, das ist von... Das ist hier von... Und in diese Burg kann ich wohl rein. Dann wollen wir mal ausprobieren. Hui! Huiui! Das ist also die Burg. Okay. Ja, das hat sich jetzt eigentlich nicht so wirklich gelohnt. Aber dann hier unten noch irgendwie so Secret oder so. Irgendwas. Nope. Was hast du da? Seht ihr das da hinten? Es ist so strange. It's so strange. Huiui! Oh nein! Die Meerjungfrauen! Oh! Oh, 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 oh! Warte, ich verlieb mich gleich. Oh, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ah, da kann ich auch rein. Hab ich das jetzt... Bilbo? Okay, da gehe ich auf jeden Fall hin. Aber erst mal... Erst mal... Kann ich hier rein? Irgendwie? Nicht? Okay. Bilbo! Da wollen wir mal gucken. Wer bist du? Keiner? Okay. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Okay. Hallo. Oh. Na du? Na sind wir mit dem langen Bart? War die alte Ziege hier? Warum sind denn die Löffel von der alten Ziege hier? Okay. Okay, ich werde jetzt hier reingehen. Alles ist noch gut. Dreh nicht am Rad der Zeit. Kein nebelinges Wesen kann seine Macht kontrollieren. Wer weiß, was passieren könnte. Ich soll am Rad der Zeit drehen, haben die gesagt. Ne? Die haben es nicht verneint, oder? Zeitsiege. Ach, wie geil ist das denn? Aber kann ich das nur jetzt? Komm, wenn ich jetzt... Wenn ich nochmal dran drehe... Okay, also ich kann jetzt die Zeit anhalten. Ist da oben irgendwas? Nein. Ich kann jetzt die Zeit anhalten. Es wird immer seltsamer. Und hier vorn konnte ich ja nichts machen. Oh, warte. Oh, ich glaube, das nehme ich mit. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. Ah, hier werden die Löffel also hergestellt. Ah, ja. Wenn ich also jetzt hier durchgehe... Ah. Boah. Das ist gemütlich. Boah, die sind wirklich schön. Oh, wunderschön. Und diese Beine. Ich möchte brechen. Geil. Ich kann mir alles in Ruhe angucken. Okay. Finde ich gerade wirklich sehr geil. Hätte ich bei der Ziegel gebraucht. Maul. Es ist... Es ist eine super Funktion. Oh, guck mal. Kann ich jetzt schön hier so lang spazieren? Nehme ich mal... Oh. Wee. Ah, hier eine Quest. Ich weiß nicht, ich muss die anderen Quests noch erledigen. Ich muss kurz fliegen. Warte eine Sekunde. So. Hallo. Hallo. Schlurp. Schlurp. Blurp. 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 Ey, ey. Wollt mich doch verarschen. Du sollst noch die Queste halten. Blurp. 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 Ich kann es nicht verstehen. Scheiße seid ihr bitte. Das ist voll gemein. Okay. Vielleicht werden wir es irgendwie noch rausfinden. Was ich aber rausfinden möchte, das habe ich nämlich oben schon gesehen. Der Schatten hier, ne? Was ist das? Achso, das ist nichts. Okay. Stopp. 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 Das Geile ist, wir können die Zeit jetzt anhalten und wir können die Zeit verlangsamen. Hier, damit. Schon cool. Ich mag das Spiel. Okay. Finden wir hier oben irgendwas? Was? Nein, 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 nein. Komm. Ich höre doch jemanden. Mein Ohr juckt. Moment. Hat er. Na komm. Komm hoch. Mal rum hingehen. Die Sache ist. Ah, guck mal. Man kann hier halt die ganze Zeit immer irgendwas entdecken. Es steckt halt voller Insider. Natürlich will man dann auch jeden Bug hier auskosten und austesten. Ich glaube, ich muss mal die Zeit anhalten. Oh. Das ist gruselig. Ich will da hin. Ich will da hin. Ja, ja. Rosita, ja. Und dann ist mir eine Gräte rausgefallen. Schön. Sehr schön. Ey, scheiß drauf. Ich gehe jetzt da hin. Hui. Ich kann mich doch bestimmt irgendwie da hin. Oh. Ich kann... Oh komm, keine Wand. Das muss doch irgendwie gehen. Was mache ich da? Fliege ich? Hey, cool. Was ist das denn da? Da will ich hin. Okay, wir gehen erstmal hier hin, weil wahrscheinlich kriegen wir... Im normalen Goats Gymnader war das nämlich auch. Da hatte man irgendwie... Konnte man sich katapultieren. Hier sieht man sogar die Alpha-Wand. Scheiße. Das habe ich nicht gesagt. Na, okay. Das will ich aber da vorne hin. Also, wir haben ja immer noch Quests... Und ich verspreche euch, die werden wir irgendwie machen. Ich werde mich jetzt erstmal zurück. Naja, was auch immer ich hier gerade mache. Schwimmen kann man es ja nicht nennen. Mit dem Arsch nach vorne. Wunderbar. Oh. Ähm. Huh. Ja, ja, genau. Das war geplant. Ich wollte... Hallo? Oh. So. Also, jetzt stehen wir hier oben. Jetzt, äh... Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Ich muss mal kurz davor nähen. So eine fliegende Ziege wäre natürlich auch noch. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Aber im Moment haben wir natürlich auch ganz viele... Feuer. Okay. Nein. Los! Go, go, go! Das ist Miranda wieder. Hallo! Jetzt... Jetzt mach das doch mal! Ja! Jetzt mach das doch mal! Wann haben die... Du hast das schon mal gemacht. Wann haben wir wieder eine Quest? Mehr eine Locke! Ist das so? Entschuldigung. Ich halte dieses Geräusch nicht länger aus! Du gehst da raus! Töte sie! Töte so viele wie möglich! Stähle fünf Augen der Meerjungfrau und nehme ihre Augen! Miranda, keine Sorge. Du bist Questgegenstand. Bei dir mach ich's nicht. Hi! Hi! Okay. Was heißt denn hier Stiel? Ihre Augen? Ah, da. Ah, da muss ich die lecken. Äh, die Augen. Das hört sich einfach immer so falsch an mir. Hey, das ist cool! Das find ich echt gut. Nein! Das ist blöd. Die linge echt blöd. Das macht echt Spaß. Es ist wirklich wie ein... wie ein... wie ein richtiges... kleines... oder auch großes MMO. Guck mal! Da wollte sie mich gerade angreifen. Was machst du da? Oh Gott. Also ich möchte gerne dieses blöde Auge haben. Anscheinend lassen wir mich... Guck mal, jetzt bin ich ganz so anders. Boah, ich wünschte, ich hätte die Kraft auch im richtigen Leben. Ich wünschte. So, das ist nichts. Hier. Jetzt haben wir schon zwei. Oh, guck mal. Oh, das tut mir aber leid. Oh! Habe ich nicht eingepackt? Habe ich nicht eingepackt? So. Wihi! Das ist so geil! Ich liebe das! Das ist ja voll Spaß! Ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Haben wir noch irgendwo ein... Was ist das denn da? So. Haben wir noch irgendwo ein Auge? Super. Das ist ein Geschenk. Diese Skill. Hier, das mit dem Rad ist, ist ein Geschenk. Okay, noch ein. So, jetzt guck mal. Jetzt gehe ich weg. Und die decken sich hoch. Wo ist sie denn? Einfach weg. Einfach weg. Hihi. Okay. Merle-Locke. Wo ist die Merle-Locke? Da vorne ist Merle-Locke. Und ich sehe schon, unser Katapult da geht wieder. Habe ich gerade die Zeit angehalten? Nein. Bitteschön. Ike, warum hältst du fünf Fischaugen in der Hand? Das ist eklig. Ich nehme die Belohnung und komme ja nicht zu nah, du Verrückter. Was für eine Belohnung kriege ich denn? Keine. Ist auch schön. So, jetzt aber. So, Killer-Estersin. Ich will auch. Na, jetzt. Okay. Los geht's! Fertig ist nicht genug Platz für zwei. Geh mal weg. Geh! So. Los! Warum geht das denn nicht? Bei ihnen ging's doch auch. Wie komme ich nochmal ins Inventar? Oh, das war nicht das Inventar. I. Ich hab das doch schon mal gemacht. Ich hab das schon mal gemacht. Ja, das ist es nicht. Jetzt aber. Komm! Komm! Nochmal! Nochmal! Ja, fast, fast, fast. Fast. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Jetzt. Würdest du bitte Spiel? Dankeschön. Komm, Spiel. Ich möchte bitte nach... Da vorne. Bitte. Komm, Spiel. Spiel! Hast du doch nicht einen Stich? Ah! Joa. Ob ich da jetzt irgendwie hinkomme? Ich glaube ja eher nicht. Eines Tages. Eines Tages. Äh, wir wollten... Boah! Der Slowpants. Oh, den haben wir ja auch schon gemacht. Guck mal, das haben die... Das haben die gespeichert. Das heißt... Eigentlich ist er... Was ist das denn? Was ist das? Was ist das hier unten? Was ist das?